Ein Geheimnis, ungelöst seit drei Jahrhunderten, das Leben in fünf Ländern der Welt verändert, umgibt ein vollkommenes Musikinstrument. Sie ist der Star heute, die sogenannte rote Violine. Aus der Liebe geboren. Ein Meisterwerk von unvergleichlicher Schönheit, das Hoffnungen weckt. Gier entfacht. Deine Schönheit weckt die Musik in mir. Ich möchte Ihnen meine neue Komposition vorspielen. Sie kam mir erst kürzlich in den Sinn, angeregt durch eine Inspiration. Du Schwein! Schicksale bestimmt und Träume erfüllt. Aber endlich ist es eine Bestimmung, erlöst zu werden. Ist unsere kleine rote Violine die rote Violine? Was tut man, wenn das, wonach man sich gesehnt hat, einem plötzlich begegnet? Samuel L. Jackson, Greta Skaki, Jason Fleming, Colm Fiore. Unter der Regie von François Girard in Die rote Violine. Eine Liebe wurde durch sie unsterblich. Die Rote Violine. Kann keine Einfluss Auch mehr schwarz. Untertitelung des ZDF, 2020